Wir alle wissen, dass Männer im Schnitt einen höheren Bodycount, also eine höhere Anzahl an SexualpartnerInnen angeben, als Frauen. Aber wie stark gehen die Geschlechter dauseinander? Durchschnittlich behaupten Männer hierzulande, 60% mehr Leute im Bett gehabt zu haben. Und besonders stark weichen die 46- bis 55-jährigen Männer ab, die doppelt so hohe Bodycounts angeben wie ihre weiblichen Gegenparts. Und ähnliche Zahlen findet man auch so in Großbritannien. Das Problem dabei ist nur, statistisch gesehen ist es unmöglich, dass Männer in ihrer Gesamtheit einen höheren Bodycount haben. Denn bei einer repräsentativen Studie, wo gleich viele Männer und Frauen teilnehmen und sie hetero sind, was der Fall war, dann muss es exakt das gleiche Verhältnis sein, weil du ja sowohl für die Anzahl an GV als auch die Anzahl an neuen SexualpartnerInnen ja immer zwei Leute brauchst. Jetzt gibt es aber mehrere Gründe, warum Typen trotzdem einen höheren Bodycount haben. Erstens, so die Kritiker, werden Frauen, die, ich sag mal, körperliche Dienstleistungen anbieten, in der Regel von Studien nicht befragt. Das heißt, die drücken den Schnitt der Frauen und heben den der Männer. Zweitens kann es sein, dass Männer und Frauen unterschiedlich zählen, wer als SexualpartnerIn gilt und wer nicht. Und drittens haben Frauen in der Regel ein kritischeres Verhältnis zu Gelegenheit, weswegen sie dazu neigen, davon nicht zu erzählen. Wenn man diese drei Punkte rausrechnet, und das kann man rausrechnen, dann halbiert sich der Geschlechterunterschied. Aber was mit dem Rest? Es ist auf jeden Fall zu grob, das alles nur auf Geschlechterstereotype zu schieben. Also im Sinne von, dass alle Männer übertreiben, weil es halt als männlich gilt. Da muss man schon genauer hinschauen. Denn die Zahlen zwischen den Geschlechtern gehen erst so richtig auseinander, wenn man erstens Leute nach der Anzahl aller SexualpartnerInnen in ihrem Leben befragt und nicht nach spezifischen Zeitabschnitten. Und zweitens, wenn man Typen befragt, die mehr als zehn SexualpartnerInnen angeben. Oder das Video kurz zusammengefasst, wenn ihr einen heterosexuellen Mann trefft, der für sein gesamtes Leben einen mittleren bis hohen zweistelligen Bodycount angibt, dann ist er, wenn man auf die Wissenschaft hört, aller Wahrscheinlichkeit nach ein kleiner Angeber. In diesem Sinne, hier noch die Quellen.